Heute sind wir zu Besuch in der Hunderpension Alesi in Grammerstetten und besuchen in Teddy seine Tochter, die Allegra und mit der spielt er sie da und da hat er eine riesen Gaudi auf der Wiesn. Ich hoffe, dass man halbwegs etwas sieht, weil wenn das so weit weg ist, ist das gar nicht so leicht zu filmen. Voraus die Allegra, hinterher unser Teddy. Teddy beim Vorsitzen. Teddy beim Spitzherr gefangen, Teddy beim Vorsitzen, sehr brav, natürlich herrlich zum Zuschauen, wie kräftig und gesund und dynamisch der Hund springt und spielt ein herrlicher Anblick. Teddy beim Balli spielen, Allegra. Allegra. Ausfällig ist immer, der Teddy vererbt sehr stark. Seine Kinder schauen ihm alle sehr ähnlich. Die Allegra hat annähernd dieselbe Frisur. Schöne glatte Haar, ein schönes helles Gold, super behangen, scharf und natürlich ein absolut liebenswertes Wesen. Das ist die Allegra. Das ist die Allegra.